Hallo und willkommen zurück zu... ...The Witch House. Und der Retropian ist mal wieder mit dabei. Gutes Zusammen. Warte mal, wo sind wir eigentlich nur am letzten stehen geblieben? Ach, das war ja das mit den Schuhen. Wenn ich sie anziehe, dann sterbe ich. Ich blieb daran, weil noch Blut an den Schuhen sind. Hm, genau. Das heißt also, ich muss dort, wo das Wasser ist, nicht mit den Kaulquappen reden. Now wash the shoes. Wash away the blood. The shoes become clear. Oh, die leckere rote Soße. Ah ja, jetzt kommt das wieder! Ah! Oh mein Gott, das hab ich ja fast vergessen, Alter. Alter, das hab ich fast vergessen. Ist der schon wieder weg? Hört sich so an. Oh, ich hasse es, dass die... ...dass die Chase ihn einfach so aus dem Nichts kommt. Hab ich schon mal gesagt. So, da wollt ihr noch was zeigen, aber das sollte ich erstmal speichern. Ich glaube, jetzt bin ich in der Lage, in diese Zelle da rein zu... Oh, da ist der... Ja, ich bin in der Lage, in diese Zelle reinzugehen. Kann ich mich hier ein bisschen umschauen? Wir haben Jailbots on the ground. Dirty garbage. Ich will nicht wissen, was da drin ist. Ja, da war vorher der Typ drin, der unbedingt dieses Zeug haben wollte, was entweder einen töten kann oder... Ach so, okay. ...ein Leben geben kann. Shainted's Garten. Scheinbar hat er sich umgebracht. Der wollt nicht mehr. So. Oh. Oh. Indiana Jones Falle. Nein. Ich bin so gut wie tot. Bin ich bis jetzt gequetscht oder was? Ach du Scheiße. Tot. Das ist richtig an mich satt, wie auf welche Weise man dieses Spiel sterben kann, ey. Ich sag's ja, trial and error. Er sagt nix mehr. Okay, und jetzt kann ich durch die Giftzippe durch. Die am anderen Ende ist... Oh, ich kann nicht erinnern. Das ist abnormal. Ungewöhnlich, ey. Ich fühl mich. Wenn ich da jetzt durchgegangen wäre, dann wäre ich tot. Und da liegt ein Mädchen. Einfach mal ignorieren, weil ich hab keine Zeit darüber, dann jetzt nachzudenken. Und aus hier, bevor ich tot bin. Okay. Welche Diary? Ich hab keine X-Heir. Weil sie mich von meiner Krankheit schraubt. Also mache ich meine Freundin. Aber Freund in Anführungszeichen. Interessant. Yo. Was soll ein Freund sein? Ja, danke, Katze. So, und jetzt ist die Giftzippe auf einmal weg. Jetzt kann er auch ran. Nicht schlecht. Jetzt muss ich da lang. Nicht eh noch mal bis in den Schauen. Headless Doe, Pickup. Jetzt sind auf einmal diese ganzen Käfer hier. Iiii. Na, aber was machen? Wir machen gar nix. Wir machen gar nix. Das ist ja noch vielleicht irgendwas. Zum Beispiel kann ich durch den Wasserfall durchgehen. Das sieht so ekelhaft aus. Okay. Muss ich noch weiter schauen. Oh. Die Stelle. Oh, Alter. Über diese Stelle kann ich den ganzen Tag reden. Puh. Das war die einzige Stelle, wo ich ehrlich gesagt Hilfe brauchte. Weil ich hab nicht verstanden, was ich hier machen sollte. Da hat nämlich niemand gesagt, dass diese Informationen hier an den Wänden sind. Oder warte. Left. Don't left. Bottom right. Top left. Top right. Bottom left. Bottom right. Niemand hat mir gesagt, dass in diesen Wänden hier diese Informationen sind. Und jetzt muss ich hier überprüfen, welche jetzt richtig ist. Wird besser gesagt, ich muss jetzt Plus, Minus, Minus, Plus machen. Plus. Dann ist hier einmal die Information 666. Und dann einmal hier die Information 6. Ich musste herausfinden, dass... Ich musste extra nachschauen, damit ich weiß, dass hier diese ganzen Informationen sind. Das war so scheiße. Ach so. Du kannst nicht mehr raus, oder? Okay. Okay. Bottom right plus top right. Bottom right minus top left. Bottom left times 666. 6. So, hier ist 666, hier ist 6. Okay. Hier ist top left, top right, bottom left, bottom right. Okay. Wir müssen uns das Ganze nochmal anschauen. Bottom left times 666. 666 können wir da nicht eingeben, weil das wäre zu lang. Also wird es dann nach Null so resetet. Genau. Also ist 6 die einzige Zahl, die wir hier eingeben müssen. Jetzt müssen wir aber noch schauen, wo wir es eingeben müssen. Bottom right. Also bottom right heißt auch ganz rechts, oder? Das würde dann bedeuten, ich muss... Hier eine 6 eingeben, und hier eine 6. Yay! Und da! Das ist die mieseste Stelle, die ich jemals gehabt habe. Ich habe erstmal überlegen müssen, was muss ich überhaupt machen. Okay. Okay. Hier sind wir jetzt bei Dings. Ich glaube, ich muss jetzt... Ja, da muss ich jetzt ran. Hier ist das Small Bottle on the Shelf. Take it. A cute little bottle. Medicine to kill me. Oh. Oh. Und jetzt? A doll head lays on the ground. Pick it up. Woah! Keine Ahnung, was das für Dinge sind, aber ich habe keine Zeit darüber nachzudenken. Die sehen aus wie Augen, ey. Okay, jetzt ist hier alles verrottet. Nicht speichern. Die Katze ist weg. Ach so. Okay. Der Baum ist verrottet. The tree is dyed red. Rot gestorben. Okay. Okay. Hier müssen wir jetzt in Diana Jones mäßig die letzte Puppe hin tun. Aber erstmal müssen wir den Kopf hinzufügen. Und... Doll. Ach, wie bei Zelda genau. Stimmt. Okay. So, jetzt glaube ich nähern wir uns langsam dem Ende des Spiels. Es gibt zwei Endsequenzen, die man beide im letzten Part freischalten kann. Ein gutes und ein schlechtes, oder? Ja, so in der Richtung könnte man es sagen. So. Das eine Ende kriegen wir, wenn wir einfach nur rauslaufen. Und das schlechte Ende bekommen wir, wenn wir noch was mitnehmen und dann rauslaufen. Also. Also. Die Katze ist tot. Nein. Sie ist gestorben. Mein Lieblingscharakter im gesamten Spiel. Grausame Welt. Yep. Eindeutig. Jemand hat seine Medizin nicht bekommen. Die Katze ist tot. Und dann schlug es nicht. Die Katze ist tot. Die Katze ist tot. Das bin Bond Ora. Ja. Der boo sein. Und dann schlug Gott. Das tut sie konservieren. Steinen. Kannst du man. Ja. leri. Ja. So, today, we should play some more, right, Viola? Rausrennen, 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 rausrennen! Wow, 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 ich zeig erst mal das gute Ende und danach das schlechte Ende! Woah! 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 Ist hier raus zu navigieren? Ah! Scheiße! Fuck! Verdammt! Ah! Die letzte Sequenz ist die härteste! Das glaub ich, das sieht man ja, ey! Woah! Woah, du gehst zuerst! Woah! Woah, nein! is per Japan last month! Ah, Scheiße! Frauen und Kinder zuerst, ey! Die Leertaste gedrückt halte damit ich rennen kann! Woah, woah, woah! Ah! Oh, scheiße! Nicht der Spaß! Das ist nicht wahr, ey. Come on, come on, ich schaff das jetzt. God! Ah, nein! Das gibt's doch nicht, ey. Ich will mich gerade als für die Band-Code spielen, jetzt ohne Scheiß. Was? Yes! Okay. Ende normal! Das gute Ende. Weißt du, was mich erstaunt? Das Ding hat keine Beine und keine Augen. Und trotzdem. Wie das mit mir mithalten kann! Ja, Respekt. A Ladder! If you mind to go to your house, just stay away from the forest. Hope you see us home soon. Das ist das eine, was ich vergessen habe, aber am Ende zu erst mal anfangen zu lesen, ey. Dario, I'm sorry for yelling at you yesterday. Here's an old legend that says a witch lives in the forest and kidnaps children who get lost there. Your friend is very near the house, so I was worried about you. Your friend name is Alan, right? I don't. This? I don't? Okay, dann nutzen wir DAS, damit die Rosen umgebracht werden. Weil die stören mich nämlich. Ja genau, sonst kommst du nicht weiter. Okay. Viola? Äh, ist das du, Viola? Are you safe? Are you hurt anywhere? Huh, thank goodness. You're pretty late. I've been searching the whole forest. I'm just glad you're okay. Let's get home and get out the rain. Huh? Ach du Scheiße. W-what? W-what? What? To-what? What? 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 Is this a close? Okay. We're getting together. Can't touch. Jetzt gehen sie rum und alles ist glücklich und zufrieden. Oder ist es wirklich glücklich? So, jetzt müssen wir warten. Das Intro anschauen. Ich zeige einfach mal das Intro. Lassen wir es durchlaufen. Der glücklichen Musik. Mit den Namen, die du in 5 Minuten wieder vergessen wirst. Ist doch wahr. Solange kann ich mir was einschenken. Genau. Ja, wir sind jetzt einfach hier. Schön chillige Musik. Ja. Ende. Okay. Und nochmal. Dieses Mal müssen wir jetzt was mit dem Gegenstand mitnehmen. Und dann aus dem Haus rausgehen. Das ist genau am Ende. So, jetzt müssen wir das nochmal machen hier. Come on, I can do this. Like a boss. Like a boss. Oh, 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 oh. 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 Immer kurz vorm Ende. Das ist ärgerlich. Ich bin jetzt. Ah, scheiße. Dammit. Man. Okay, das wird jetzt dann so peinlich. Das wird jetzt echt langt so peinlich. Entschuldigung. Ah, ah! AAA!! achh! Scheiße! hahaha Ha, das ist so verdammt heftig! Das ist abnormal!!! Woaaaaaaah... Nein! 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 Ahag! Sollte das eigentlich againe, dasальные golfe sein? Im Grabe oder was?! Was? Aber es ist immer kurz vorm Ende dir den Weg verspät. Das ist ein... Da blieb der Boden ein, denke ich. Ach so. Nein! Jetzt muss ich da lang. Den Tisch herum. Fuck! Das Ding... Ah, shit. Ich musste nach oben, ey. Ach so. Das ist doof, dass ich dann... Ah. So verfickt hekt dich. Krassisch, boy. Heute nicht, mein Freund. Not today. Oben. Jetzt da. Weg, 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 weg. Ah! Dammit! Scheiße. Shit. No, Boris, no. Fuck yeah. Nein! 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 Ohohohoho. Das ist echt nicht schön. Fuck. Wie gesagt, ich fühle mich, als würde ich Battletown spielen. Aber wenn die ganze Zeit am Sterben ist. Ohohohoho. Und genau, das ist eigentlich die DS NES Version von Battletowns. Das ist so verdammt hektisch. Ich hatte das. Wah! Vor allen Dingen immer kurz vor dem Ende sterben, ey. Ja. Ergött mich. Will ehrlich sein, ich hab einmal den... Einmal... Ah, scheiße! Oh nein, 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 nein! Schluss! Oh, ich renne ja noch direkt in die Arme, ey. Das kann jetzt ne Zeit lang dauern. Ihr könnt es ja so lange vorspielen oder sowas. Genau. Teil des nicht mehr diese, ähm, schnellen Abspielfunktionen, ähm, gibt, die es mal auf YouTube ne Zeit lang gab. Da kommst du ne Zeit lang die Video schnell laufen lassen. Echt jetzt? Ja. Ah! Jetzt dann. Back here! Nein! Not today. Not today. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Sehr gut. Okay. Und jetzt kommt das. Ja, jetzt kommt erstmal Dings hier. Den Zettel nehmen wir einfach mal so aus Spaß mit. Und. Cute little body. Zerstören wir die scheiß Rosen. Okay, okay, okay. Und jetzt raus. Raus. Oh, yeah. Oh, yeah. Du geh 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 trigge Re сдел casual ein Pop circulating? Turnmbhacar Verformen Verformen hmm give it back no way this body hurt much less you gave it to me in the first place why should i have should i have to give it back right ah you felt so sorry for me i couldn't even move from my bed that's why i use my magic to trade bodies with you just for a day i guess i did say that i was surprised you could trap me with my own power but to know a way after all it's my house yes it couldn't be killing me anytime soon i was good at that house all the way so i was ensured to escape still not dead i have to upload you in tennessee ah could it be are you worried about your father oh i know you and your father viola a close family of two those memories stayed in your body he's a kind man a hunter isn't he and he sent you that letter what a good father so then i suppose you worried about what's happened when you're gone it's just it will be fine i give him viola's share of love and i take your share of love too so viola viola are you safe are you hurt anywhere what my why viola are you safe oh 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 woah you don't know that that's what I can't just stay back away monster boom no no you had your daughter your true daughter killed yes oh no yes yes oh that's of course a tough end yes a really tough end Wenn du das ganze Spiel spielst und dann auf einmal erfährst, dass du die ganze Zeit eigentlich Alan warst, statt Viola. Und dass das Spiel so eine Art Vorgeschichte hat, die in den Büchern eingetragen wurde. Das ist mies. Aber irgendwie mag ich auch das Ende. Das ist nicht so, wie soll ich sagen, klischeehaft. Oh, da ist das Kätzchen wieder. Ja, in Wahrheit ist er ein Dämon. Oh. Und den Namen Viola mit. Okay, das ist das, wie gesagt, harte Ende. Das würde dann aber auch bedeuten, dass gut der Ende ist, in Wirklichkeit nicht gut. Ja, dass es nicht das richtige Ende ist, genau. Yep. Also dann, das war The Witcher. Danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Yep, ciao.